Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsbogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es nochmal um Iris Klein und auch Yvonne, die jetzt sich ein wenig ankäufen auf Instagram und ich dachte, das wäre jetzt vielleicht wirklich für euch nochmal spannend. Man kommt ja schon kaum hinterher mit den ganzen Kalendersprüchen, aber es geht jetzt in die nächste Runde. Es gab ja ein Interview bei RTL mit Yvonne, da hat sie alles abgestritten und gesagt, Mensch, sie ist sogar auch an einer Aussprache interessiert und diese Bilder, die da von uns hier auch diskutiert wurden, da haben sie sich nur gegenseitig getröstet, weil sie es nicht anders ausgehalten haben. Also wer wagt es zu bezweifeln, was diese Dame sagt? Ich glaube es nicht so richtig und auch Iris Klein glaubt es nicht so richtig und ich bedanke mich hier bei den ganzen Gossip-Seiten, die das auch immer ganz gut zusammenfassen. Ich verlinke euch die beiden, Credits gehen raus an Judy und auch an Let's Talk About Influencer. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Tränen des Abschieds in den Augen, schreibt Iris Klein. Ihr könnt euch so schwer trennen. Wow, darum das letzte Kuschelfoto. Darum Hände zwischen den Beinen von Peter. Hashtag respektlos. Es wird durchaus spannend. Da sind ja hier nochmal auch die Bilder, wo sie beide doch sehr innig miteinander sitzen. Und ich finde auch nicht, dass das jetzt so ausschaut, als seien die jetzt nur befreundet. Und ich finde, so sitzt man dann schon, wenn man auch mal ganz gerne, ja, an der Frau, ja, ihr wisst Bescheid. Und dann geht es hier weiter. Und ich habe ihren Freund weggenommen. 24-7 immer zusammen, aber ich bin die Böse. Gibt doch noch 98 Interviews. Also er spielt quasi Iris dann nochmal in Richtung Yvonne an, die er natürlich jetzt mit RTL da auch die Gunst der Stunde nutzt. Dann ist hier auch nochmal ein Kalenderspruch. Ich meine, den hatte ich jetzt noch nicht in dem letzten Video drin, aber ich nehme ihn jetzt hier nochmal mit rein. Schätze den Menschen, der dir zeigt, was du ihm bedeutest. Und lass den gehen, der nicht zu schätzen weiß, was du für ihn tun würdest. Und sorry, dass ich hier auch nicht mehr so richtig ernst bleiben kann, aber ich halte das mittlerweile für eine absolute Promo-Nummer. Ja, sie schreibt dann auch noch schlechte Schauspielerin mit 50 Ausrufezeichen. Also besser könnte es nicht laufen für uns. Wir reden hier, wir tratschen. Ich mache ein bisschen Satire, ich mache ein bisschen Salz, ich mache ein bisschen Meinung, ich mache ein bisschen Sachlichkeit, die bringen die Infos. Aber, wie gesagt, ich persönlich, das ist jetzt nur meine Meinung, nehme das dann nicht mehr zu 100% ernst. Ich kann aber verstehen, dass die Iris da nicht so ganz cool mit der Yvonne ist, weil das wirkt jetzt schon so ein bisschen unglaubwürdig, wenn man diese innigen Bilder miteinander sieht. Manche sagen, es ist PR, auf jeden Fall profitieren alle Beteiligten davon. Eine Yvonne ist plötzlich bei RTL-Explosiv eingeladen, da gibt es natürlich bestimmt auch eine Mark 50 für das Interview. Dann gibt es nicht nur bei diesem exklusiven Interview, sondern auch so generell ein bisschen Reichweite auf Instagram. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn wir von Reichweite bei Instagram sprechen, muss man natürlich auch bei Peter und bei der Iris schauen. Und da hat er auch Judy das gepostet, da haben beide wirklich sehr viele Follower dazu gewonnen. Und das finde ich dann schon ziemlich krass. Also einmal fast 90.000 innerhalb von ein paar Tagen und einmal fast 50.000 bei Peter. Also es lohnt sich. Also ich würde 90.000 Follower auf diesem Kanal hier auch gerne begrüßen. Also lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das hier gefällt. Ansonsten hat ihr auch Let's Talk About Influencers. Wie gesagt, die Credits gehen raus. Ist unten nochmal verlinkt. Was Gutes gesagt, was ich echt auch so unterschreibe. Da wurde nämlich ein Screenshot gemacht, der schon, also eine Story, die Iris schon gelöscht hat. Und da steht dann, ich muss mich jetzt um mich und meine Gesundheit kümmern und bin fertig mit der Punkt, Punkt, Punkt. Also sie beleidigt hier nochmal ordentlich. Kannst ihn haben, alles gelogen. Das hat sie gelöscht. Wahrscheinlich, weil sie auch gesagt hat, okay, die mahnen vielleicht auch mal ab. Ich habe übrigens auch die Yvonne angefragt für ein Interview. Also ich bin gerne hier auch da, um mal ihre Seite zu hören. Genauso eine Iris-Klein oder auch ein Peter-Klein. Aber ich glaube, die haben keine Lust. Auch Yvonne hat sich nicht gemeldet. Aber es könnte ja vielleicht ganz interessant sein für euch. Dann steht hier auch schon wieder gelöscht von Let's Talk About Influencer. Es wird schmutzig, ich halte mich bei den Spekulationen bewusst zurück. Nun scheint bei Iris die böse, andere Frau im Fokus zu stehen. Fokussiere dich doch lieber auf deinen Mann. Da finde ich aber auch, hat sie was Richtiges gesagt. Denn was ist denn mit Peter? Warum ist sie jetzt die Böse? Weil Peter ist ja eigentlich der, der betrügt. Klar, an verheiratete Männer oder Frauen macht man sich eigentlich nicht ran. Ja, aber eigentlich ist es eigentlich, die Hauptschuld trägt, finde ich, immer der Ehegatte der Fremdgäte oder die Ehefrau. Yvonne hat sich das Ganze hier aber auch nicht nehmen lassen und ist mal auf die ganzen Sachen eingegangen. Und hat geantwortet, also es ist vollkommen eskaliert. Du hast uns alle mit deinen krankhaften Eifersucht und deinen veröffentlichten von Gerüchten in diese Situation gebracht. Es ist nie etwas passiert und du übst Psychodruck aus, legst das Feuer und bist dann ruhig. Kann man auch so sehen. Ich würde sagen, das ist jetzt gar nicht so falsch, was sie da sagt. Sie ist natürlich sehr pieksig jetzt unterwegs. Also sie ist auch definitiv sehr salzig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nervt, wenn man jetzt schon 50 Mal gesagt hat, da ist nichts. Und es ist wirklich nichts, rein theoretisch. Und dann haut die Iris ein Ding nach dem anderen aus und bringt das immer wieder ins Gespräch. Dann geht es hier aber auch weiter. Alles, was du brauchst, ist Hoffnung und Kraft. Das sind immer diese Kalendersprüche, die Iris immer teilt. Hatte ich ja in den letzten Videos schon genug zugesagt. Dann schreibt sie nur, gute Besserung, Hashtag Iris klein. Also es geht hier ab. Also ich finde das sehr unterhaltsam. Das kann gerne auch die nächsten Wochen so weitergehen. Deswegen ist es der Wahnsinn, was die letzten Tage hier so passiert ist, oder? Also das ist ja wirklich wie auf dem Schulhof. Die Leute keifen sich gegenseitig an und können es nicht privat klären. Ich denke, es wäre das Cleverste, wirklich sich da mal zusammenzusetzen. Also zumindest Peter und Iris klein. Dass Iris klein jetzt auf Yvonne keinen Bock hat, kann ich verstehen. Aber zumindest, dass die sich mal richtig zusammensetzen nochmal und jetzt wirklich mal Butter bei die Fische machen. Angeblich gab es ja schon diese Übereinkunft da zusammen, dass da auch an einem Happy End gearbeitet werden soll. Und dass es eine lautstarke und impulsive Situation in den Gesprächen da auch gab und die erste Aussprache schon erfolgt sei. Aber so wie das jetzt schon wieder aussieht, sieht es ja nicht danach aus. Also man weiß nicht, was man da glauben soll. Die Spekulationen sind auf jeden Fall am Kochen. Ich finde das auch mal sehr spannend, was ihr zu schreiben habt. Also ich bin interessiert daran, wie ihr das Ganze seht. Ich kann das auf jeden Fall nicht so richtig ernst nehmen. Und mein Fazit ist, das ist eine riesige Show zu 90 Prozent mit vielleicht ganz wenig wirklich Inhalt drin. Also kann natürlich sein, dass jetzt Peter und auch Yvonne sich näher gekommen sind. Die Bilder sehen auch ziemlich eindeutig aus. Da gebe ich sogar nur ihres Recht. Aber ja, irgendwie wirkt das jetzt schon sehr aufgebauscht und immer wieder auch öffentlich besprochen. Und irgendwie immer ein Posting jagt dem Nächsten und die antworten sich jetzt schon gegenseitig und biefen sich da an. Also es wirkt schon irgendwie auch so, als hätten sie da auch alle so ein bisschen Spaß dran. Weil die sehen, okay, Follower-technisch ist gar nicht so schlecht. Wenn man, wie gesagt, mit so einer Nummer über ein, zwei, drei Monate vielleicht eine Viertelmillion oder eine halbe Million Follower dazu gewinnt, weil die Leute alle interessiert sind, was da abgeht. Und am Ende, wenn der ganze Streit begraben ist, immer noch 400.000 Leute davon bleiben und nur 100.000 deabonnieren, weil es langweilig dann finden, was die Iris Klein oder Peter Klein machen. Dann hat sich das ordentlich gelohnt, weil alle werden nicht auf Unfollow drücken. Also ich bin sehr gespannt. Es werden, wie gesagt, nicht alle entfolgen und clever, oder? Wenn es so sein sollte. Naja, ob man dann aber noch in den Spiegel gucken kann, ist die andere Geschichte. Also wenn euch das Thema noch mehr interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und ich bleibe auf jeden Fall am Ball für euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.